Alles in's Witz! Alerta! Alerta! Hallo! Leute, schönes Mal hießen, ja wir kennen uns. Und ich bin wirklich stolz. Und das könnt ihr mir wirklich glauben. Denn ich weiß wie schwer es ist, sich den Druck zu widersetzen. Gerade ihr jungen Menschen, ihr seid in der Minderheit. Ich weiß wie es aussieht auf den Schulen, an den Universitäten, welche Probleme ihr da habt. Und dass ihr wirklich den Mut habt, euer Gesicht zu zeigen und euch für diese Partei einzusetzen, das erfüllt mich mit großem Stolz. Und deswegen werden wir es schaffen. Wir, die Alternative für Deutschland. Glück auf! Wir müssen eine gesunde, patriotische Denkweise in unsere Gesellschaft zurückbringen. Die Verlangst der Patrioten steht dabei gegen eine Übermacht. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass am Ende nicht zahlenmäßige Stärke, sondern Klugheit und Entschlossenheit entscheiden. Lasst uns innerhalb der JA die Brücken bauen, die in solchen Zeiten zwingend notwendig sind. Mauern brauchen wir nicht hier, sondern an unseren Außengrenzen. Wir müssen uns mit einer Arbeit wegwerfen, die inenosовых Einschränkungen verbinden sind. Wir müssen sie festechen, Vielen Dank.